Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Gewebeprobe entnehmen Falten Sie das für eine gute Idee? Ja, allerdings Sie, meine Freunde, werden alle unsterblich Als die Menschen, die diese Entdeckung machten Hast du das gehört? Mein Gott Jemand wurde angegriffen Aber ich glaube, allen geht's gut Entweder hat sich die Person auf wundersame Weise geheilt Oder irgendjemand hier ist nicht er selbst Wir brennen! Was macht es mit ihm? Es imitiert seine Zellen Ich denke, dass das Ding seine Beute kopiert Und sich dann darin versteckt Was wollen Sie damit sagen? Dass nicht alle von uns menschlich sind Es könnte jeder von uns sein Das Ding darf nicht von hier weg Denn falls es das schafft Könnten Millionen Menschen sterben Was macht es mit ihm? Was macht es mit ihm? Was macht es mit ihm?